Und weiter geht's. Und das war, glaube ich, unklug. Mhm, das war sehr unklug. Ich könnte mir vorstellen, ich brauchte den. Segen, hallo! Es ist meiner Ansicht nach keine Welt 1 hier, aber... Okay, Mavo denkt da an... Oh mein Gott! Ich muss die alle erledigen. Ja, ist logisch, ist logisch. Ich verändere die Regeln. Ich setze ein Safestate vorm Boss. Das ist krank. Krank ist das, ey. Hallo? Hallo? Ich mein... Äh? Bitte? Das war mal cheap. Das war ganz billig von dem Block. Hier, geh. Mhm. Ich freu mich, ich freu mich so. Ich freu mich so. Hopp, 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 hopp. Und raus, raus. Klasse 1. Ey, dieses Spiel, das ist so... Ich find die Schwierigkeitskurve viel zu krass. Das ist keine Welt 1 mehr. Das ist... Ich weiß es nicht. Und ich kann mich da jetzt stundenlang drüber aufmachen. Aber es ändert nichts an der Sache, dass ich es jetzt spielen muss. Und deswegen spiele ich es. Ich spiele es. Und... So. Jetzt kommen die, ne? Okay, jetzt muss ich mir was einfallen lassen. Wollt ihr beide da nicht rein? Finde ich aber schade. Das ist so ein schönes Loch, das ich da vor euch gebruddelt habe. Also ich selber reinspringe! Jawoll! Und ich versuch's wieder so. 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 So, ist klar. Ist klar, ist klar, ist klar. Der Anfang geht ja noch. Dann wird es krass. Dass ich die beiden Statuen gerade beim ersten Versuch geschafft habe, wundert mich so, wie ich jetzt spiele auch ein bisschen. Hopp. Hoch. 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 Ich versuch's viel zu schnell gerade, aber... Geht um das Seine! Geht um das Seine! Hebe ihn auf! Hebe... Ach, heb doch was auf Mario! Oder Henry! Oder wie auch immer ich dich nennen soll. Ich mach das grad ziemlich ung... Oh! I win! Ich krieg den Trick nicht mehr hin. Ah, fuck you! Ich glaub nicht, dass das so gedacht war. Aber... Danke! Jetzt will ich hoffen, dass da irgendwie ne Belohnung anders als nur Münzen drin wäre, aber okay. Dann nicht! Ich... Dein Kettensägen noch. Frompi! Ich hab so das Gefühl, dass in dieser Raum ist so ne Einleitung, um zu zeigen, hey, du kämpfst gegen mich und gegen mich und gegen mich und gegen mich. So, und jetzt hab ich ein Problem. Mhm. Wobei, nein, eigentlich nicht. Ich hab die... ...Kettensäge erstmal... ...nein, ausgeschaltet. Und... Ah! Ich hab den Safe State vergessen! Fuck you! So... Die muss ich eh erstmal einstellen. Ach, nicht Safe... Ach, hier. Safe. Ist das die richtige Taste? Ja. Das ist die Taste. So. So. Ähm. Die Schlösser gefallen mir grad gar nicht. Wirklich gar nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ein Feuerball. Ein Feuerball. Ein Koopa. Tot. Ist ja stampft. Von einem fetten, fetten italienischen Klentner. Also. Ich überlege grad, ob ich den auch schon als Boss so gesehen werden kann. Yay. Komm, spring raus. Spring noch raus. Du Arsch, Alter. Spring hier raus. Mach dann. Mach da. Danke. Tschüss. Ich find den Trink so genial. Hepp. Du bist tot. Gib mir hier Münzen. Boing. Power up. Na, kein Leben. Boing. Und rüber. Und die beiden. Dann der Whompy. Whompy, Whomp. Jetzt war das Power up. Also das läuft diesmal besser. Safe State. Und rein. Unmöglich schnell. Dann den Weg offen machen. Jetzt hab ich's wieder verbockt. Hallo. Jetzt muss ich wieder auf die andere Seite kommen. Weil ich sonst mit dem E-Mail vorbeikomme. Und hier ist viel zu viel los. Hier ist viel zu viel los gerade. Hm. Ich muss. Loaden. So. Direkt hier. Sowas hinkriegen. Ist die Säge weg. Dann will ich. den Podobudor rein kriegen. Aber noch keine Ahnung, ob ich das machen will. So. Jetzt muss ich eigentlich nur ausharren. Gucken. Und warten. Irgendwann fällt ja das schon rein. Jawoll. Sieg. Oh yeah, Baby. Oh yeah. Mount Lakitu. Oh no. Hallo. Pilz. Pilz. Wuhu. Und endlich auch mal Musik, die ich erkenne. Ich folg immer den Pfeilen. Was ich Lakitu finde. Mein alten Freund. Shit. Hm. Unten lang. Secret. I found a secret. My secret. My secret. So. Lauf. Aha. Ähm. Da ist Lakitu. Hey Kumpel. What the hell. Was macht der da? Das ist nicht cool. Ist auch nicht lustig. Misterei. Ich werfe Koopas. Das ist nicht lustig. Au. 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 Lass mich in. Frieden. So soll ich das machen? So soll ich das machen. So. Und stirb. So. Nächsten Level. Heiß. Wasser. Was. Mit. Luftmeter. Ja. Okay. Tadadadada. 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 Tadadadadada. Ich überlege gerade das ist aus Donkey Kong glaube ich. Tadadadada. Tadadadada. Das müsste aus Donkey Kong sein ja. Tadadada. Tadadadada. Tadadada. Tadadadadada. Tadadadada. Tadadada. Tadadadada. Woh! Hayti. nö. Tadadadada. That's what is mad running. Oh Gott, 매�stre Carmen. Tadadada. Tadadada. Tadada. Absolutely. Niemals Niemals geht das Okay, okay, es geht, ja Ich hab den hier gekillt, also geht das Hoch Ah, Koopa Wenn ich da gestorben wäre, das wäre so peinlich gewesen Und runter Da ist ein Pilz drin Oh ja, gut Das Spiel liebt mich Es liebt mich einmal Jetzt brauche ich einen Silberner im B-Switch Einen Silbernern Wer ist hier unten? Den unten drücken können Das wäre mir zu blöd Und so Komm ich hier hoch, komm ich hier hoch Oh, ganz kreativ Arschloch Ich weiß nicht, ich brauche ihn nochmal für irgendwas Nooos Zeit aus, Zeit aus, Zeit aus Hoch, hoch, hoch No, 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 das tut weh So, hier auf die Seite Und runter, 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 runter Hoch Oh, Mario Oh, Henry Whatever Der Name, ich bin juckt euch im Scheiß Gleich, du bist Mario in Blau So Koopas Spiel Oh, das Intro-Level Und geil Yoshi's Island Remix Und ich liebe ihn Und ich habe mir das halbe Level wahrscheinlich schon geschafft, ohne irgendwas darüber zu sagen, weil dieses Video ist so, oh was Gefällt mir nicht Gefällt mir nicht Gefällt mir nicht Gefällt mir nicht Oh, nein Wieso Koopas? Wieso? Wow, rosa. Das Land von rosa. Und, boah. Nein. Renn, Mario, renn, 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 renn. Und jetzt habe ich ein Problem. Sei denn, yeah, sauber gemacht, Cooper. Sehr geil gemacht, Cooper. Boing, boing. Boing. Und. Wo bitte trennen die sich alles rum? Nein. Nein, 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 oh Gott. Oben haben wir ein Münzchen. Und unten haben wir Geld. Das ist dasselbe Secret wie gerade.